Vor kurzem habt ihr erst wieder meine Billy-Performance gesehen. Ist nicht gut, aber seine Eurys reißen uns bestimmt ein. Okay, wenn wir Chainsaw sprinten, zwei Sekunden lang, sind wir an Detectable und unsere Chainsaw ist silent, wenn wir außerhalb des Terror-Radiuses sind. Wow. Du kannst mich nicht verarschen, Mann. Was? 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 Ist noch irgendeiner hier? Okay. Ich hoffe mal nicht. Du kleiner Widerlicher. Oh, was? Hä? Okay. Keine Ahnung, was euer Plan war jetzt, Leute, aber jetzt feiner, gellst du jetzt feiner? Okay. Nein. Ich wollte eigentlich noch rüberkörben, aber ich habe es nicht geschafft. Warte mal. Oh, sie waren gar nicht hier. Was? Okay. Oh, das tut mir leid, dass ich dich jetzt raustunnel ein bisschen, aber... Aber... Du bist halt auch ein bisschen in mich reingelaufen, muss man sagen. Hast du Decisive Strike? Ah, okay, ja, dann macht es Sinn. Dann macht es Sinn. Aber guess what? Ich werde noch immer hinter dir hergehen. Also, der Decisive Strike ist nicht mehr so strong, wie er mal war, Homie. Ich muss ehrlich sagen, also, ich verstehe, dass du in mich reingelaufen bist, eben wegen Decisive, aber... Du bist halt trotzdem Second Stage jetzt halt. Ja, ich break die einfach ganz schnell mal. Und dann gehen wir rüber. Okay. Ich könnte vielleicht hier... Hm... Hier werde ich rausholen. Undetectable Status Effect bringt uns natürlich gar nichts. Keiner Bastard, wo bist du? Ah, es juckt anscheinend nicht. Okay, lasst uns wieder an Detectable sein. Oh, hallo! Ach, das wäre auch zu schön gewesen, einfach einen schönen Sprint zu haben. Ne, ich muss weiter... Ich muss closer bei ihm sein, aber wenn ich closer bei ihm bin, dann wird er halt... Warte mal. Du wirst nicht zu einer Parrot laufen? Ah, du hast einfach gewusst, dass ich scheiße bin, fuck! Okay, denkt, dass ich Bambusel habe und verpiss dich von hier. Bitte denkt, dass ich Bambusel habe und verpiss dich von hier. Nein, es war zu late. Es war zu late. Es war zu late to say sorry. Na! Ja, kann ich nichts tun. Mit meinen Skills jedenfalls nicht. Vielleicht ein anderer Billy Gamer schon, aber ich nicht, ne. Ah, du Roy, Digga. War so klar, dass du Sprint Burst hast, aber ich dachte, du rennst vielleicht rein wenigstens. Du Pisser, du kleiner Pisser. Na, boah! Ich hab gedacht, das wär schneller. Ich hab wirklich gedacht, das wär schneller. Okay. Könnt ihr mir vorstellen, hier? Nicht? An welchen Chance seid ihr grad dran? Ja, hier ist gut. Hier ist ein guter Riecher. Oh, was? Na, Lian, Lian, Lian. Muss nicht sein, Lian, oder? Ja, Smart Drop. Kann man nix sagen. Ja, ich hab so gehofft. Ich hab so gehofft und gebetet. Ich bin zu bad mit ihm, leider. Ich bin zu bad mit ihm. Und das ist der Most Progress Trend momentan. Ich würd gern Claire finden. So assi es ist, ich würd gern Claire finden. Ich würde wirklich gerne Claire finden, grade. Aber komm. Oh mein Gott, warte. Claire! Warte, wie? Wie ist das grad geschehen? Wie ist das grade geschehen? Okay. Das ist fucking wichtig. Hoffentlich kein Flash-Lerd. Hoffentlich kein Flash-Lerd. Flash-Lerd kann ich mich huge ficken grad. Okay. Okay. Es tut mir leid, es tut mir leid, Claire. Minus 10% Skill-Check gefällt. Ich acte es so. Es würdest mich jucken. Aber es juckt mich nicht. Fuck. Lian! Ich muss nicht nur in one, ne? Just that you know. Oh, ich dachte, der war schon weiter gelaufen. Boah. Ich muss DBDR echt mal wieder lauter schalten. Das hat mir nichts gebracht gerade. Das hat mir nichts gebracht. Ich muss, ich kann nicht weiter hinter ihm hier. Warte. Warte. Warte, was? Der war doch auch schon so weit. Oder? Der war nicht so weit? Oh, ich dachte, der war viel weiter. Ich dachte wirklich, der war viel weiter. Warte. Warte. Bruder. Okay, da bist du. Oh, du bist weggelaufen? Ja, ich muss bis zuerst den Chen kicken hier. Ehrlich, ein Kill ist doch schon amazing für meine Skills, oder? Warte, wo? Ah, der ist schon wieder back hier. Ah, wie widerlich. Wie widerlich. Wie scheiße ich bin, fuck. Das Chen kicken bringt mir nicht viel. Wo ist er? Warte. Steißer back. Ah. Ja, Chen wird's gemacht. Ich hoffe, er kann adrenaline, sonst tüßt er mir weg. Nicht die Pellet hier. Ups. Ups. Aber warte. Er hat's hier nicht leicht. Er hat's hier wenigstens nicht leicht. No way out. Wieder Carry. Closer, closer, closer. Hoffen, dass keine Pellet hier... Ja, herr, fuck. Okay, kurz gefaked. Hat uns ne Millisekunde rausgeholt, aber es hat nicht genug. Es hat bei weitem nicht genug. Ah, er ist weitergelaufen. Nein. Warte, jetzt schaße ich gerade nichts. Ich schaße gerade nichts. Er hat mich so gefickt. Er hat mich so gefickt. Er hat mich viel zu hart gefickt. Ich fick mich selbst auch. Weißt du, dass du hier lang bist. Er kommt immer closer zum Gate. Er kommt immer closer zum verfickten Gate. Oh, er kommt immer closer zum fucking Gate. Oh. Okay. Okay. Bodyblock. Bodyblock. Funktioniert das? Nee, es funktioniert gar nicht. Ja, meine Billy Performance ist halt nicht so gut. Und seine Addons sind halt auch scheiße. Vergessen wir das Game einfach. Vergessen wir das Game. Vergessen wir das Game. Fuck, 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 fuck. Ah, ich bin so schlecht mit Billy. Ah, yes, I am. Anyways. Gut, luck next. Okay. Oh, fuck. Oh, fuck. Bei Billy geht es mir immer ganz schlecht. Was, Bruder? Was lachen wir jetzt? Na, Junge. Ja. Ja, Bruder. Nee. Ich antworte gar nicht mehr drauf. Fuck, Mann. Fuck, Mann. Gegen diesen Spieler spiele ich auch gefühlt jedes dritte Match. Und jedes Mal regt er sie auf. Ich verstehe es auch nicht. Aber egal. Ich bin scheiße mit Billy. Wir haben es wieder verstanden. Wir haben es wieder gesehen. Die Addons, ja, sind auch bodenlos. Sind auch einfach bodenlos. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, Leute. Und ciao.